Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel seht, geht es heute mal um die Frage Latein oder Französisch. Viele Leute von euch werden sich wahrscheinlich die Frage gerade stellen oder werden sich die in Zukunft stellen müssen. Und genau deswegen mache ich dazu mal ein Video, versuche euch nochmal ein bisschen anderen Input zu geben. Ich weiß, ihr werdet in der Schule darüber schon informiert werden. Ihr werdet Probestunden haben, viele zumindest von euch. Aber heute gebe ich euch mal so ein bisschen meine Meinung, die aber auch natürlich anhand von ein bisschen Fakten oder Erfahrungen auch von anderen Menschen gesammelt wurden. Und genau deswegen ist das so ein bisschen vielleicht ein anderer Input, der euch noch nicht gegeben wurde, beziehungsweise den euch die Lehrer noch nicht so gegeben haben. Deshalb fangen wir direkt mal an mit dem Video heute Qual der Wahl Latein oder Französisch. Gehen wir erstmal auf die einzelnen Fächer ein, beziehungsweise gehen wir erstmal auf die Eigenschaften der einzelnen Fächer ein und fangen wir deswegen mal an mit Latein. Zunächst einmal muss ich über mich sagen, ich kann über Latein mehr sprechen, da ich in der Schule Latein gewählt habe. Aber natürlich auch viele von meinen Klassenkameraden oder auch Freunden hatten Französisch, genauso wie auch engere Leute aus meinem Umfeld Französisch hatten. Und man bekommt natürlich auch in der Schule so mit, wie das jetzt vergleichbar ist, also wie Leute über Französisch sprechen oder wie auch Leute über Latein sprechen. Dennoch kann ich vor allen Dingen aus eigener Erfahrung mehr über Latein sagen, das nur mal zum Anfang gesagt. So, zunächst einmal muss man zu Latein wissen. Latein wird aktuell nicht mehr aktiv gesprochen, aber ist dennoch sehr präsent. Was bedeutet das? Beispielsweise in den Mediziden oder in anderen Bereichen wie Jura ist Latein auf jeden Fall noch ziemlich wichtig. Es ist zwar nicht mehr so extrem, dass ihr zum Beispiel das Latinum für ein bestimmtes Studium braucht, aber trotzdem kann es euch sehr, sehr helfen, wenn ihr eben Latein könnt. Denn Latein, wenn man so ein bisschen Vokabelkenntnisse hat, kann man sich das ein oder andere dann doch auch herleiten, wodurch es dann einfacher wird, sich sowas zu merken. Beziehungsweise wenn man es eben noch nicht kennt, sich das Ganze erstmal vorzustellen, worum geht es denn überhaupt. Außerdem ist es natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, Latein ist so die Ausgangssprache von vielen anderen Sprachen. Das bedeutet, wenn man Latein kann, kann man schon viele andere Sprachen erstmal vom Basiswissen bzw. von den Vokabeln besser lernen. Also das Lernen wird einfach dadurch erleichtert. Beispielsweise Italienisch ist sehr, sehr nah am Latein. Das bedeutet, wenn ihr dann in Italien seid, das hatte ich auch selbst mal, dann hat man schon, was Vokabeln angeht, auf jeden Fall eine Basis, auf der man aufbauen kann. Man kann zwar natürlich noch kein Italienisch sprechen, aber man hat viele Vokabeln, die sehr, sehr ähnlich sind und auch so ein bisschen eine ähnliche Struktur einfach, die die Sprache hat, wodurch das Ganze danach nochmal erleichtert wird, wenn ihr dann vorhabt, zum Beispiel nochmal Italienisch zu lernen. Das ist natürlich genauso bei auch anderen Sprachen wie Französisch oder auch Spanisch, also es kann auf jeden Fall helfen. Kommen wir dann zum Unterricht, denn das ist auch das Wichtigste. Wir wollen natürlich nicht in ein Fach gehen, wo man sich denkt, ach, schon wieder Unterricht da drin, denn das sollte ja möglichst vermieden sein. Ansonsten wird man da einfach nicht glücklich. Klar, es gibt auch Fächer, da muss man einfach reingehen, aber hier hat man ja eine Wahl und deswegen sollte man immer die bessere Wahl für sich treffen, damit man dann nicht die nächsten Jahre in irgendeinem Unterricht sitzt und sich denkt, wann ist das hier einfach vorbei. Zunächst einmal, also es wird sich viel mit Geschichte auch auseinandergesetzt, das heißt, man geht vor allen Dingen auf das Römische Reich ein, man guckt sich an, okay, wer war Cäsar genau. Es wird sich aber auch mit Themen wie Hannibal beschäftigt, wenn ihr dann noch weiter Latein nehmt, also zum Beispiel bis zum Abitur, dann werdet ihr euch auch mit diversen Metamorphosen zum Beispiel auseinandersetzen, also wird auch viel auf griechische Mythologie dann nochmal eingegangen. Also viele Bereiche einfach, die in der damaligen Zeit sehr, sehr relevant waren. Also wenn ihr geschichtsinteressiert seid, ist das auf jeden Fall auch was, was positiv für Latein spricht. Man muss auch dazu sagen im Unterricht, hauptsächlich der Anteil des Lateinen Unterrichts besteht eigentlich darin, oder alles arbeitet darauf hin, im Prinzip das Übersetzen von lateinischen Texten ins Deutsche zu üben. Hierbei habt ihr eben das Glück, dass es immer vom Lateinischen ins Deutsche ist, also nicht Deutsch in Latein. Dadurch habt ihr eben die Tatsache, dass ihr die Vokabeln immer nur in eine Richtung lernen müsst, nicht so wie beispielsweise in Englisch oder in Französisch, da müsst ihr ja sie in zwei Richtungen kennen. Hier habt ihr wirklich diese eine Richtung und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe das selbst ja mal erlebt im Vergleich jetzt Englisch und Latein und da hat mir tatsächlich Latein, wenn es ein komplett neues Vokabel war, einfacher gefallen, die zu merken. Da ist einfach diese eine Richtung, das macht auf Dauer echt was aus, vor allem wenn ihr relativ viele Vokabeln lernen müsst. Auch ansonsten, ihr werdet euch mit Grammatik noch beschäftigen, die auch ziemlich nah am Deutschen dran ist. Also ihr werdet euch auch mit der deutschen Grammatik auseinandersetzen, das liegt ganz einfach daran, denn wir wollen natürlich einen lateinischen Text ins Deutsche übersetzen. Das bedeutet aber auch, wir müssen einen Text schreiben im Deutschen, der grammatikalisch dem lateinischen Text ähnelt. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was für eine Grammatik der lateinische Text besitzt, sodass wir diese Grammatik ins Deutsche bringen können. Also dazu brauchen wir sowohl lateinische Grammatik als auch deutsche Grammatik, die aber trotzdem sehr, sehr ähnlich sind. Wenn man die deutsche Grammatik relativ gut beherrscht, dann ist lateinische Grammatik eigentlich auch relativ gleich dazu, beziehungsweise einfach. Und das habe ich eigentlich auch von vielen Leuten gehört. Die Leute, die Latein hatten, haben danach eine deutlich bessere deutsche Grammatik, denn wir haben uns in unserem Deutschunterricht beispielsweise sehr, sehr lange nicht damit beschäftigt, okay, wie ist die Grammatik, wie ist jetzt ein Satz aufgebaut? Bestes Beispiel, einen Das-Satz bilden, also einen Komma-Das mit zwei S. Das werden viele Leute, die kein Latein hatten, niemals so wirklich richtig noch thematisieren in der Schule oder sonst was. Viele Leute, die wissen aber nicht den Unterschied dann zwischen einem S und zwei S. Das fehlt den Leuten, die kein Latein hatten, hundertmal schwieriger. Aber wenn man Latein hatte, zumindest über drei Jahre, wird man eigentlich fast nie wieder einen Satz mit Komma-Das mit einem S schreiben, wenn eigentlich zwei S da sein müssten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, während viele Leute verstehen, die schon Latein hatten. Ansonsten auf jeden Fall, deutsche Grammatik wird nochmal mehr thematisiert und wird dann eben auch bei euch noch verbessert, was für das Fach Deutsch an sich auch nicht schlecht ist. Natürlich wollen wir dann auch zum Französischen kommen. Hier kann man auf jeden Fall eher sagen, dass es vergleichbar mit dem Englischunterricht ist. Also hier versucht man wirklich auch eine andere Sprache zu lernen. Man versucht dort drin auch dann natürlich eine Kommunikation halten zu können. Also hier auch wirklich der Fokus eher auf der Kommunikation in der Sprache. Dabei ist es dann eben ähnlich zum Englischunterricht. Ziel des Unterrichts ist halt hier dann auch, dass ein Schüler die Sprache sowohl mündlich als auch schriftlich beherrscht. Also hier auch wieder dieses Mündliche, das hat man im Latein gar nicht. Deswegen ist es eben auch da ein Vorteil. Du musst dich eigentlich eben nur auf das Schriftliche konzentrieren. Und das auch nur in eine Richtung. Also hier hat man nicht dieses Zweifache. Dadurch muss man eben dann natürlich auch in kurzer Zeit ziemlich viele Vokabeln erlernen, um dann eben diesen Wortschritt aufzubauen. Das ist aber ziemlich ähnlich zum Lateinischen. Auch da sind sehr, sehr viele Vokabeln. Je nachdem, falls ihr schon Vorkenntnis habt, ist es natürlich bei der einen Sache dann weniger, bei der anderen Sache mehr. Aber ich denke mal, die meisten Leute haben eigentlich auf beiden Seiten relativ wenig Vorkenntnisse. Deswegen ist es eigentlich relativ egal. Von der Anzahl wahrscheinlich der Vokabeln ist es relativ ähnlich. Jedoch würde ich sagen, dass es eben im Französisch nochmal ein bisschen mehr Aufwand ist, da man ganz einfach in zwei Richtungen erstens lernen muss. Dennoch muss man auch sagen, dass eben Lateinvokabeln ziemlich schwierig sind, langfristig zu behalten. Weil es gibt eben viele Vokabeln, die eben nur in einer Lektion verwendet werden und danach eben nicht mehr. Im Französischen ist es dann doch eher, man baut eben diesen Grundwortschatz auf, der immer eigentlich verwendet wird. Also diese typischen Vokabeln, die dann auch irgendwann sitzen. Im Latein hat man eben verschiedene Vokabeln, je nachdem, um welches Thema es sich gerade handelt. Und das ist es eben nicht so. Man hat so die Basics, wie begrüßt man sich, wie hält man eine Kommunikation erstmal. Diese Grundpfeiler, die hat man im Lateinischen eben nicht. Dort ist es eben sehr, sehr themenbasiert. Und dadurch hat man dann dort eben nochmal diese Aufgabe, immer wieder Vokabeln zu wiederholen, dass sie eben auch langfristig im Kopf bleiben. Natürlich wird sich im Französischen Unterricht auch mit der französischen Kultur auseinandergesetzt. Also beispielsweise, wenn ihr eben im Prinzip Frankreich interessant findet, die französische Kultur interessant findet, oder auch beispielsweise mal einen Ausflug machen wollt, also nach Frankreich. In vielen Schulen wird eigentlich ein Austausch, je nachdem, wo ihr eben herkommt, wird nach Paris gemacht. Ansonsten kann es natürlich auch sein, wenn ihr in der Nähe von Belgien wohnt, dass ihr auch mal nach Belgien fahrt. Also da ist auf jeden Fall auch die Möglichkeit eines Austausches beispielsweise da. Das ist beim Lateinischen eben nicht möglich. Da müsstet ihr dann eben überlegen, was euch wichtiger ist. Aber ich denke mal, das ist eben eine subjektive Entscheidung. Da kann ich euch jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Müsst ihr eben entscheiden, ob ihr sowas mal machen wollt oder eben nicht. So, jetzt die wichtige Frage am Ende. Was für ein Typ bist du? Es gibt, je nachdem, welche Interessen, welche Stärken du hast, immer einen speziellen Typ, den ich jetzt persönlich, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber es soll einfach nur ein Input für euch sein, dem ich eben das eine Fach und dann eben der andere Typ noch, dem würde ich dann eher das andere Fach empfehlen. So, wir gucken uns jetzt mal den Typ 1 an. Der ist jetzt für Latein. Und zwar, wenn du mathematisch eher bist und logisches Denken ziemlich wichtig ist, beziehungsweise deine Stärke ist und du gut in Fächern wie Deutsch und Mathe bist und dich noch für Geschichte interessierst, dann bist du der perfekte Typ meiner Meinung nach für Latein. Das liegt ganz einfach daran, dass Latein ziemlich ähnlich aufgebaut ist wie Mathe beziehungsweise ein logisches Zusammensetzen von Sprache. Also ihr müsst zum einen gut mit Deutsch umgehen können, also ihr müsst gut formulieren können, beispielsweise etwas kompliziertere Sätze auf Deutsch auch formulieren können. Und wenn ihr dann noch mathematisch-logisch denken könnt, dann habt ihr eigentlich alle Voraussetzungen. Dann für den Unterricht wäre noch ganz gut, wenn ihr euch ein bisschen für Geschichte interessiert, weil es ansonsten zum Teil langweilig werden kann. Aber so ein bisschen Geschichte ist eigentlich immer interessant, auch wenn du dich jetzt nicht ultimativ für Geschichte interessierst. Ich habe beispielsweise auch Geschichte abgewählt, aber trotzdem war für mich die Geschichte, die man eben in Latein gelernt hat, auch immer relativ interessant. Jetzt nicht unbedingt alles, aber es gab natürlich auch immer das eine oder andere, was vielleicht so als Grundwissen gilt, was man eben nach dem Unterricht kannte und das vielleicht auch einem dann irgendwann mal geholfen hat. Dann kommen wir zum Typ 2. Das ist eher derjenige, der sprachenbegabt ist und gut in Fächern ist, wie beispielsweise Englisch und Deutsch. Außer eben vielleicht so ein bisschen Kultur interessiert, an Frankreich so einen Austausch vielleicht ganz cool findet, also einfach mal eine andere Kultur kennenlernen möchte und andere Menschen im Prinzip auch dann kennenlernen möchte. Eher dieser offene, sprachbegabte Typ, der ist eher für Französisch besser. Also hier, wie gesagt, dieser Unterschied. Latein ist zwar auch eine Sprache, aber Latein ist eher so eine logische Sprache und Französisch ist eher das Ganze kombiniert mit eben wirklich einer Kultur, die dahinter steht. Das Ganze ein bisschen auch im Unterricht natürlich anders, wie ich es gerade eben schon erläutert habe. Und deswegen müsst ihr euch eben entscheiden, seid ihr eher der sprachenbegabte oder eher der mathematisch-logische, der trotzdem so ein bisschen was auf der Kette hat im Deutsch, müsst ihr eben dann natürlich entscheiden. Aber ansonsten, ja, ist das einfach so ein kleiner Input, den ich euch geben wollte, je nachdem, was ihr wählt. Ich bin persönlich jemand, der eher mathematisch ist und logisch denkt, trotzdem jetzt nicht so schlecht ist im Deutsch. Deswegen war für Latein für mich eine sehr gute Lösung. Und, ja, Französisch war jetzt einfach nicht so mein Ding, nochmal eine komplett neue Sprache irgendwie zu erlernen, wie das beispielsweise in Englisch ist. Dort habe ich auch mal viele Leute gehört, die da eben den Unterricht dann auch nicht so interessant fanden, auch wenn Latein, da gibt es natürlich auch viele Leute, die daran scheitern. Und da ist es eben dann wichtig, langfristig zu denken. Das bedeutet nicht am Anfang super, super viel machen, sondern eben konstant immer ein bisschen zu arbeiten. Dann sollte Latein eigentlich kein Problem sein, wenn du da so ein bisschen mathematisch-logisch denken kannst und ein bisschen was auf dem Deutsch auf der Kette hast. Ansonsten, Französisch kann auch für viele Leute super sein. Dennoch gibt es natürlich auch Leute, die Französisch dann eher als Fehler sehen. Aber ich denke mal, je nachdem, wenn ihr euch da ein bisschen reinhängt, dann kann beides für euch ein voller Erfolg werden. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was du denkst, was du wählen würdest. Und du kannst natürlich auch gerne anderen Leuten helfen, falls andere Leute noch eine Frage dazu haben und du schon gewählt hast beispielsweise. Ansonsten, wenn ihr euch für Latein entscheidet, dann könnt ihr natürlich mal auf meinem Kanal vorbeigucken. Dort findet ihr diverse Latein-Videos, auch Deutsch-Videos, Erdkunde-Videos und noch andere Videos, die ihr für den Schulalltag gut gebrauchen könntet. Ansonsten würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!